Ich schreibe hier, dass wir eine indefendente Community leben, grünen jetzt heute, in den USA. Bis zum nächsten Mal haben wir uns prägt, verlegt heute, welche Punkte hier, die mich hält, dass die in diese Konferenz hereinkommen. In nächster Zukunft, zwei, drei Wochen oder einen Monat, machen wir eine Konferenz, wo wir in den USA einladen, mit dem gleiche Aufruf. Und dann machen wir den Grundsatz dieser Community, also independent Community. Sei so lieb, ich schreibe das. Von jeder Nation. Von Nächchen. Nächchen. Echt? Ja, ja. 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 Wir machen eine Organisation, die alle Länder uns vertreten werden, in der Zukunft, dass wir eine Konferenz haben. Wir brauchen eine Konferenz, in welchem Zeit wir wollen. Wir brauchen eine Konferenz für eine Konferenz. Wir brauchen eine kurze Zeit, dass wir alle europäische Städte überprüfen, die sie für wichtig sind. Wir machen eine Konferenz. Wir brauchen eine Konferenz. Wir brauchen eine Konferenz. Wir brauchen alle europäische Städte. Wir brauchen eine Konferenz. Wir brauchen es gar nicht erst. Wir brauchen eine Konferenz. ... 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 Ich habe ja gerade eine Kompi. No. Dobrý. Es ist ein ganz gut. Wir sind eine Frau mit einem Alkohol, und wir kommen da auch. Ja. Ja. Danke. Vielen Dank, dass wir mit einer Beziehung sind, wenn wir die Verwünschung fallen. Ja, danke. Danke.